Schon wieder fast fertig, oder? Ja. Das geht rasend schnell. Schau mal, Schatzi, mit deiner Anschneiderei hier. Oh Leute, jetzt schauen wir mal. Da musst du ja aufpassen, dass das nicht davonläuft. Wow. Also, ich nehme das Eckstück. Leute, ihr macht mal auf. Ihr wisst ja, ich mag's. Ein kleines bisschen mehr. Vergiss mein Randstück nicht. Auf keinen Fall. So, dann mache ich hier ein Probiererchen. Mhm. 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 Wow. Ähm, wo hast du das her, das Fleisch? Fisch und Grün. Ja, okay. Alles klar. Geil. Zehn Minuten, eine Viertelstunde jetzt. 120 zu 110. Also kann man lassen. Und ganz einfach jetzt am Brennen halten. Und irgendwann später schauen wir mal wieder rein. Ja, okay. die rote stück ist etwas dünner als das andere klar dass hier das äußere was ich mir jetzt gleich auf die seite räumen natürlich etwas mehr durch ist das nenne ich mal pfinks grillen ob da natürlich meine lächerliche läppische beckenbombe mithalten kann ich glaube nicht auf jeden fall wir werden sehen wir verschwenden hier nicht einmal das fett ja so ein selber gebackenes dann in vacio fett traumhaft jetzt nur noch warten bis die beiden fertig ist knappe stunde später schauen wir jetzt einfach mal hier rein ob sich da schon wo auch was getan hat also allzu viel hat sich noch nicht getan machen wir gleich wieder die klappe zu und heizen vielleicht noch ein bisschen mehr ein ja weil sonst müssen wir einfach viel zu lange warten ich habe hunger mensch nix ist google mittlerweile sind wir ein bisschen höher mit der temperatur knapp 150 130 und ich drehe sie jetzt ganz pauschal einmal um noch ist sie ziemlich dicht wunderbar ja 43 grad immer noch viel zu wenig die kohle hast du auch gut gläsen dann mach mal die kohle hat sich das fliegt runter runter jetzt kann es aufmachen na dann hau mal drauf das zeug den guten stoff jetzt habe ich gedacht die ist noch zu schön ein pinseln leg mich am ärmel hier hinten genau über der feuerbox ist was zu warm gehen wir einmal rum ums eck ja da hat bäkula schlecht gearbeitet dass das nicht so aufgebrochen ist aber macht nix das tarnen wir jetzt einfach mit barbecue soße na wunderbar dann deckelchen wieder zu hau da ruck und warten bis sie fertig ist hier heizt sie gerade noch eine ladung bambuskohlen an ja bambuskohlen genau warum weil ich befürchte mein stalker hat mir auf gmf die falsche form untergejubelt weil naja da war das problem dass sie leicht gemüffelt hat und jaja kurz ordentlich ausgewaschen ausgespült also richtig gespült und einmal eingespült und dann tun wir sie einfach neu einbrennen weil die k4 form brauchen wir ja nachher noch k4 form einmal ordentlich eingeölt holen links rechts ordentliche hitze deckel zu k4 form grün fertig und während jetzt die k4 form noch vor sich hin schmorgelt gehen wir hinter uns holen wir unsere bacon bomb raus und dann werden wir erstmal essen so freunde dann holen wir mal das monster hier runter ja machen wir dann hinten ja und da haben wir auch noch irgendwas drauf muss ich jetzt erstmal nachher gucken was das ist aber wir sehen uns jetzt wieder vorne also ich würde mal sagen sehr geil und wer schneidet an mein schatz ist doch klar ja dann wird sie jetzt komplett aufgeschnitten und dann werden wir mal essen ich schneide das jetzt ein bisschen klein erst einmal dass ich einfach ein schönes probiererle noch hinkrieg ja und dann tun wir hier endlich in ruhe essen und die sauce rolle und das haben einen thermomix gemacht für alle wo den thermomix wieder hassen auch dafür kann man das ding sehr gut gebrauchen lecker leute die form ist die k4 form ist ja ich denke mal soweit gut die stellen wir jetzt bloß auf den anderen grill rüber damit die abkühlen kann wieder weil wir brauchen sie ja kalt sieht soweit gut aus den machen wir ganz einfach wieder komplett zu und lassen den ausgehen und dann wenn die kalt ist machen wir nämlich noch unseren bread and butter pudding so aber jetzt werde ich erstmal die anderen herrschaften her bitten um ein fazit für die bacon bomb und das zugehör zu sprechen so freunde der tag ist noch nicht zu ende leider fahren die zwei heikos und die simone nachher gleich werden mein schatz und ich den bread and butter pudding halt alleine essen und vielleicht wenn patricia später auch noch vorbeikommt dass die auch noch was schnabuliert naja die zwei haben dann oder die drei wo fahren haben halt pech gehabt gut der zeigt mir den schenkelfinger werft ihr das also bacon bomb ihr dürft schon näher treten hier bacon bomb ich fand sie sehr gut hat wieder sehr gut funktioniert auf der ratte ja hervorragend die sauce hollandaise frisch gemacht sehr lecker nur halt wenn man sie für was anderes verwenden würde wieder aufkochen ist natürlich nicht damit ja spargel war gut kartoffeln waren gut hervorragend stimmig alles du darfst auch schon vortreten ich danke euch dass ihr hier wart gut bei die du warst ja schon länger da da haben wir ja noch auto gebastelt ja du hast ja gott sei dank nicht soweit jetzt fahren sie mit dem mob jetzt auch noch vorbei alles gut was ist jetzt los hat es euch spaß gemacht super wunderbar kommt sie wieder auf alle fälle also das hat zum beispiel mit freunden auch gebracht neue freunde die auch einen besuchen kommen ich danke euch ich habe zu danken ja wir sehen uns auf alle fälle auf alle fälle alles klar möchten die mädels auch noch fazit sprechen war sehr lecker war super lecker müssen wir wiederholen ja alles klar ok wir sehen uns dann wenn ich den weh den butter pudding weh den butter pudding ja den mir auflauf halt mach ja das wäre es ja hier wir hier hier hier